zwei partien spielen ich habe das so vorgenommen weil gestern meine beiden töchter je ein brett kreiert haben also das eine ist dieses hier ich werde eine partie mit diesem brett spielen und das andere diese also es sind so eigene kreationen von ihnen was ihnen am besten gefallen hat und ja ich werde das jetzt mal so ausprobieren ok und ich spiele da wiederum eine fünf minuten partie das ist eben die kreation der älteren tochter sie hat hier so blau und rot gewählt mit einem blauen rahmen und diese luciana figuren glaube ich heissen die ok spieler hier möchte katalanisch spielen ok lässt er nicht zu macht das benoni gambit benoni verteidigung so die tschechische variante also mit direktem e5 ok das stellt immer eines auf den kopf also ich kann da nicht meinen plan durchsetzen aber ja ich habe früher auch viel das gespielt aber ich finde das ist schwarz nicht so die super ideale eröffnung das kann kann dann schon gefährlich werden aber eben weiß kann dann sein sein plan auch nicht durchsetzen die frage ist ob ich hier jetzt schon rausnehmen soll zwei zentrums bauen oder wir haben hier wieso nicht und dann hier auf h5 angreifen bringt das was ich glaube ist noch zu früh ziehe mal den läufer zurück muss aber schon schauen dass irgendwie da durchkomme wieder mein läufer hier ist auch noch nicht entwickelt sonst hätte ich ihn jetzt hier nach vorne gezogen ja eben ich habe jetzt schon massiv entwicklungs schwierigkeiten sage ich mal durch seinen frühen vorstoss hier eventuell läufer d2 dame e2 und dann die grosse rostschade und und hier auf dem königsflügel mit den damen äh mit dem bauern nach vorne stossen äh liebso aus dem senegal mhm ok er spielt da ziemlich aggressiv ich habe jetzt mal diesen bauern ihm versiert er kann hier mit h6 abdecken nehme ich an ich hatte schon zwei partien gegen ihn gespielt und beide schon gewonnen äh beide mit weiss damals ja heute haben wir wieder weiss ok ok ich muss glaube ich wirklich mit der grossen rostschade weitermachen aber das andere hat so keinen sinn denke ich wenn man nicht aufpasst als weiss gegen die benoni verteidigung kommt man schon irgendwie zuerst unter die räder aber ähm ich denke ich habe hier gutes gegenspiel auf seinem königsvögel der ja schon ziemlich offen ist ich spiele mal b1 dann kröne ich b1 um hier ähm das feld abzudecken er greift jetzt hier doppelt äh c4 an ja als nächstes denke ich wäre f3 sinnvoll um hier mal seine bauernkette aufzusprengen und einige seiner leichtfiguren zu vertreiben ähm ok wir haben hier jetzt äh ein schwaches feld denke ich mal hier äh die frage ist welchen welchen turm soll ich nehmen zum angreifen ist immer so die frage so brauche ich hier noch die verteidigung oder äh nehme ich ihn hier rüber und behalte diesen hier auf dem h-Feld also auf der h-Linie ok ich habe jetzt das feld dreimal angegriffen er hat zweimal gedeckt ich könnte notfalls immer noch mit dem h-Bauern nachhelfen ok es wird wieder ein bisschen knapp nur noch zwei minuten hm 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 interessant äh was soll das sollte kein Problem sein ich nehme mal den Bauern hier ich nehme mal den Bauern hier ja jetzt ähm kommt sein Königsflügel recht ziemlich stark unter Beschuss Moment ah ich hatte es nicht gesehen dort war ja noch ein Läufer ups ok ja das war nicht so oh man ok ich fessel mal diesen Springer hier eventuell kriege ich das Material zurück so hm jetzt kommt noch ein Schach ja es ist immer noch gefährlich hier äh ich könnte hier mit Mazz drohen oder eben äh diesen Springer fessel kann hier ja am besten würde er vermutlich ausweichen hier auf h8 denke ich ja macht er aber nicht ok jetzt mal nicht direkt matt mehr weil er hier äh fliehen kann aber äh durch diese Drohung auf diesem Feld ach man das Problem bei diesen äh Figuren ist man sieht die Läufer nicht so gut ich hab das nicht realisiert dass dort ein Läufer steht ähm das ist ein bisschen ein Nachteil bei diesen Figuren ähm das ist ein bisschen ein Nachteil bei diesen Figuren weil sie sehr ähnlich äh wie bauen aussehen äh ja ok ich mach das mal hier der Schach und äh so ich versuche hier direkt mit Mazz zu drohen äh oder eben sowas hier also jetzt muss ich mit dem Läufer weg hier sonst ist er matt ich habe nur noch eine Minute check ups ahhh ja jetzt bin ich dann mal check ok hier B2 und das ist fertig check ich werde mal das Figurenset wechseln und dann äh so spielen wie angekündigt so und jetzt äh die Variante von der jüngeren Tochter äh sie steht noch mehr so auf Pink und knallige Farben ja sieht auch cool aus ok mal schauen ob die jemand anbeisst äh anbeisst wir haben doch einige Leute hier die zurzeit im 5 Minuten Pooh spielen ok ist jemand frei geworden knack krrr ja also wie das heisst hatte ich glaube ich noch nie ja 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 gut wiederum die Debi äh Benoni spielen das nicht so gerne mit Weiss genau kann man nichts machen ja jetzt haben wir das Benko Gambit meistens kommt A6 aber dann als zu dir zu schlagen um den Läufer zu entwickeln spiele ich dann B6 dann sind dann meistens mal die meisten äh ja auch ein bisschen gestört in ihrem Plan E4 ist da glaube ich ähm der nächste Zug ja ich erhalte als Weiss nicht so viel Gegenspiel also das das Benko Gambit hat doch äh ja auch einige Nachteile obwohl er jetzt schon einen Bauern eingestellt hat aber äh nein stimmt gar nicht ähm dann hat er ja wieder zurück gewonnen ähm was machen wir da ich decke mal da C3 ab ok jetzt kommt vermutlich der Springer hier rein dann Springer E5 schätzungsweise aha ja ja ich hatte eigentlich gedacht mit diesem hier wohin möchte er denn jetzt mit diesem da gehen also wenn ich den angreife muss er dann wieder zurück ja macht das mal äh entweder F6 ah ok kommt zuerst ein Schach ah ja klar jetzt kommt er dann E5 aber es sollte eigentlich auch kein Problem sein äh es bietet mir jetzt so die Möglichkeit mit F4 anzugreifen ähm ähm ich decke das Feld hier noch dass da nicht äh zu weit nach vorne kommt ich kann jetzt wirklich F4 spielen denke ich als nächstes dann muss er schon wieder zurück krebsen ich denke auf D7 also gibt es da noch was man sucht irgendwo noch eine taktische Möglichkeit um diesem Rückzug entgegenzuwirken aber ich denke da gibt es nichts ausser natürlich jetzt dieser Schach ja klar aber äh ist eigentlich auch nur von kurzer Dauer ähm ich denke den Rückzug ok er kann jetzt hier rein würde zwar einen Ball verlieren aber hier äh B2 gewinnen das muss ich jetzt schon anschauen äh gut ich habe natürlich nicht viele Möglichkeiten ähm ähm entweder H1 oder H2 ich denke H1 ist besser ähm ja ihr könnt jetzt hier äh springen D3 spielen macht er sogar ach ok äh jetzt wird es interessant ähm er erhält meinen B2 bauen aber ähm ich denke der ist vergiftet ich denke der ist vergiftet ich denke der ist vergiftet ja ah nein er erhält er erhält äh 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 die Qualität ah ok ja eben das ist so das das Banco Gambit typische dieser Läufer A6 hm hatte ich nicht gesehen leider ok ich mache hier einen Gegenangriff auf seine Dame und ja er stellt sie ein er war zu gierig er wollte unbedingt Material gewinnen hat dann ab und vor durch sogar noch mehr verloren ähm Moment äh das mache ich hier will jetzt äh ein bisschen vorsichtiger da ich jetzt doch äh einiges an Materialvorteil habe muss ich da nicht mehr so äh äh risikoreich spielen äh wir haben hier noch eine Fesselung die äh ah er hätte mir sogar den Läufer eingestellt hm ich habe hier eine äh Gabel ok mir ist äh der Abtausch äh recht ich habe zwar hier jetzt äh einen Doppelbauer der nicht sehr viel nützt aber eben äh ich kann kann mir das schon erlauben jetzt das sollte kein Problem sein eben äh 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 die Partie äh zu vereinfachen ist äh die einfachste Möglichkeit um hier zu gewinnen tja kommt noch ein Schach äh 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 Ja, kompfrischst du. Blind. Ja, das ist noch morgen früh. Okay, musst du mal ein bisschen fluchen. Aber ich sehe immer noch ein bisschen Gewinnschancen. Also jetzt ist das Material wieder sehr ausgeglichen. Okay, jetzt haben wir da eine Mattdrohung. Ah, Mann. Die ist schon weg. Aber wir haben doch einen fortgeschrittenen Bauern. Zusammen mit der Dame könnte das noch gefährlich werden. Ja, das wird wieder knapp. Wieder eine super Blitzpartie. Okay, mache ich. Schlage ich da oder bereite hier den Angriff auf der 7. Reihe vor. Ich denke, so etwas. Ah, Mann. Dieser Turm wäre auch weg gewesen. Wir sind zur Zeit völlig blind. Schwachblindheit sagt man dem. So, jetzt aber. Ich kann hier nicht schlagen, sonst ist es ein Turmweg, wie jetzt zum Beispiel. Okay, das dürfte jetzt nun wirklich reichen. Ich hoffe, es passiert nicht noch mal so ein Panzer. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, analysieren bringt hier nicht viel. Also, wir hatten beide viele Fehler gespielt. Und im Schach ist es ja normalerweise so, jener, der den letzten Fehler macht, der verliert. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.